Macht ihr den Laden da? Nein. Also ihr schaut so aus, das sehe ich. Wir relaxen. Das ist quasi die Chill-Out-Arena. Wie bitte? Die Chill-Out-Arena. Die Chill-Out-Arena. Das ist auch mal eine große Anzeige. Ach so, das ist eine Video. Ja, richtig. Also, es ist keine Agentur, sondern es ist ein Brillenladen. Ich muss mich berichten. Aber das ist eine tolle Idee. Wie bitte? Tolle Idee. Wieder sind es aber da. Ja, ja, das ist das Ersatz-Fahrrad. Weil ich weiß nicht, ob das andere Fahrrad heile bleibt bei so etwas. Da gibt es zwei Pfeile. Da gibt es mehrere. Macht ihr Fotos oder wie? Ein Film. Ja. Aber nicht Robin Mountain. Wie bitte? Nicht Robin Mountain oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie kommt das denn, da kommt? Im Kino. Im Fernsehen? Im Kino! Wenn er fertig ist. Okay. Ja. Ja, da kannst du uns filmen. Wie bitte? Da kannst du uns filmen. Ja, ja. Seid schon gefallen. Der wird sich in Lauch! Kennt ihr den Laden da? Sind die auch zu sehen, die Videos? Ja. Und was das ZDF gebrauchen kann, da ist es auch zu sehen. Okay, das ist das Fingerbar. Ja, ja, okay. Ach, die machen Sie? Nein. Wir sind hier relaxant. What? Wir relaxant. Ah, okay, ja. Von wo sind Sie? Ich komme aus Indien, aber ich bin eine Mischling. Mein Papa ist Chinese, mein Mutti halbinderin, halb Mutti diese. Aber bin ich eine Deutsche jetzt seit über 10 Jahren? Oh, ach so, ja stimmt. Deutschland! Deutschland Finale! Jetzt habe ich keine Stimme mehr. Ja, ja, ja. Na ja. Schön schön. Das ist ein Party, Party-Area. Ja, ja, ist gut. Weil ich brauche diese Momente für meine Sponsoren. Ist okay. Will ich ein bisschen? Danke, danke. Also mit mir da drauf, ich sehe meine Sponsoren. Ja, das ist gut. Unglaublich. Also, viel Spaß noch. Ja, danke. Bye, bye. Ja, bei. Ja, bei. Einen. Ich bin ein bisschen super, ich bin ein bisschen nicht so cool. So, wir kommen hier über so immer wieder zurück. Ah, so ich jetzt zum Decke. Ich finde, das ist ja echt das. Und dann. Chico Hartmann.